Der Fuchsschwanz ist weg. So geht's nicht, sofort wenn es ist. Also wenn das hier so weitergeht, dann ist bald nur eine Sache fertig und das bin ich, was mich noch alles erwartet. Und vor allen Dingen euch, seht selbst. Viel Spaß bei Folge 6. Stuntfrau Miriam Höller im MX-5, Autoredakteur Bernd Volkens mit einem 9 zu 9 und Influencer Tobi Wolf im RX-7. Unsere Coaches stellt sich der Herausforderung. 5000 Kilometer quer durch Europa, das ist das große Ziel der Mazda Garage. Eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Beim letzten Mal haben Tobi und ich die neue Optik seines RX-7 designt und in Auftrag gegeben. Aus dem Klassiker wird Dankfolierer Michael ein echter Hingucker werden. Nach einigen technischen Arbeiten sind wir auf die erste Ausfahrt gegangen. Ich würde sagen, Feuertaufe bestanden. Und heute nehme ich mir zusammen mit Miriam den MX-5 vor. So, was kommt noch auf den Zettel? Ich meine, ein paar Sachen hatte ich gewünscht. Zündung. Ganz ehrlich, Zündung war scheiße. Also verbrennend, sauber, Kabel, Kerze ist klar. Flüssigkeiten steht fest. Wir wissen genau. Mal Jungs, was ist denn hier los? Ihr sitzt nur rum, ich dachte, ihr schraubt schon, seid fleißig. Wir sind hier gerade, wir waren ja voll brainstorming, was wir dir alles Gutes tun können. Ja, erzähl mal. Ein paar Sonderwünsche hattest du auf dem Zettel. Ja, das sind ja alles technische Daten. Was ist mit dem Design? Da hast du mir einiges versprochen. Ich sag mal so, Bügel, Brett. Bügel? Überrollbügel, ja. Folierung und das mit Fuchsschwanz versprochen. Eins nach dem anderen, pass auf. Ich hatte schon Kontakt mit dem Folierer, da musst du auch ein bisschen rockig daherkommen. Den bimmelst du an und dann schaut man, was man machen kann. Cool. Ja, super. Und wir gehen nochmal ran und du kommst auch gleich wieder. Ja, ich tue schon hier kurz. Und dann packst du bitte an. Alles klar, auf jeden Fall. Haben wir es doch. Während Thomas und ich weiter am MX-5 arbeiten, bespricht Miriam mit Folierer Michael ihre Designwünsche. Also, Michael kommt jetzt vorbei und ich bin sehr gespannt, was für Designideen er hat. Also, auf geht's. Mit dem NA begann vor fast 30 Jahren der große Siegeszug des MX-5. Bis heute der meistverkaufte Rotstar der Welt. Gerade die Klappscheinwerfer der ersten Generation des MX-5 sind Kult und haben Fans auf der ganzen Welt. Und Miriam gehört jetzt auch dazu. Unser MX-5 muss technisch top dastehen. Im Vorfeld haben wir schon die Federbeinmanschette ausgewechselt, die den Stoßdämpfer vor Staub schützt. Die Alte war rissig, Stoßdämpfer und Feder dagegen stehen noch voll in Funktion. Komm, aber kann auch nicht wahr sein. So, Jungs, also Michael kommt gleich vorbei. Was macht ihr? Also, wir machen jetzt erstmal den Grundcheck, aber auf jeden Fall schmeiß ich ihn nochmal an, weil ich hab den Verdacht, da ist man nicht ganz in Ordnung. Ich meine, der lief am Anfang nicht schlecht, muss ich sagen. Okay. Aber jetzt hören wir genau zu. Vorsicht. Na, merkst du das? Das ist unrund. Ja, ist total interessant, wie viel Wissen Deed und Thomas eigentlich haben, weil ich jetzt keine Schrauberin bin, aber vor allen Dingen gerne auch lernen möchte. Denn bei einer Rallye kann mal was schief gehen und da muss ich wenigstens so ein, zwei Tricks schon drauf haben. Der MX-5 hat ein Problem im Leerlauf. Am Auspuff kann man die Druckschwankungen sogar fühlen. Wir machen uns sofort auf die Fehlersuche und leider taucht dabei der nächste Defekt auf. Der hier. Oh, nee, der haut hier ja richtig einen weg. Ah, nein! Hier, nächster Fehler. Guck dir das mal an. Der schießt mir unten direkt auf eine Masse-Schraube. Ach, das ist scheiße. Ja, das ist auch scheiße. Kannst mal ausmachen. Und was haben wir hier noch? Und hier haben wir noch einen. Also einmal zweiter Zylinder-Kabel-Defekt. Dann, was haben wir da? Die Fassung von der Zündspule ist da unten gebrochen, weil sonst wäre der da nicht rüber geschossen. Haben wir auch noch so ein Teil da? Das kriegen wir schon hin. Für dieses Auto kriegen wir noch alles. Ein Problem weniger. Nachdem Thomas die Zündkabel abgezogen hat, müssen die alten Kerzen raus. Jetzt darf Miriam mit dem Zündkerzenschlüssel beweisen, ob sie Fingerspitzengefühl hat. Ich muss gestehen, ja, das hat sie. Guck mal, da. Komplett fett. Schwarz. Und wie soll die Kerze aussehen? Rehbraun. Braun. Gut, das heißt, die muss eh raus, ist noch ein bisschen warm, zieh mal raus. Dann ziehst du die gleich rein. Und dann schraubst du die auch rein, ja? Machst du. Die Kerzen wechselt Miriam schon fast routiniert. Jetzt müssen wir die eingerissene Fassung der Zündspule ausbauen. Denn hier vermute ich die Hauptursache des unrunden Leerlaufs. Ein Neuteil wäre jetzt das Beste. Wir wollen darauf nochmal sicher gehen. Guck mal bitte im Lager und lass uns nicht hängen. Gleich. Bis gleich. Ja, kurzer Boxenstopp, ne? Einmal. Der Lagerist ist jetzt gefordert. Weil wenn du einen schlechten Funken hast, haben wir, glaube ich, eine schlechte Zeit. Aus dem umfangreichen Mazda-Lager holt Thomas die Fassung der Zündspule. Für den MX-5NA gibt es Gott sei Dank noch alle Ersatzteile. Schnell haben wir die Zündung wieder klar. So, wollen wir mal starten? Machen wir. Na also, viel besser, viel besser. Hört sich gut an. Das war ja schon mal der erste Streik, ne? Aber wir haben ja noch was auf dem Zettel. Machst du aus? Da kommt jemand. Folierer Michael Six besucht uns in der Garage. Nach Miriams Vorgaben hat er ein paar Entwürfe mitgebracht. Schwarz oder weiß? Das ist jetzt die Frage. Das ist natürlich eine Optik-Sache, ne? Das sieht schon mal richtig cool aus. Aber Miriam möchte noch ein bisschen mehr Rock'n'Roll auf ihrem MX-5. Michael hat da zum Glück noch was in Betto. Wir legen jetzt ein Maß fest. Wie viel Sichtfeld braucht man? Also wir können nicht hier ein Viertel der Frontscheibe wegnehmen. Dann siehst du nichts mehr. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bis hier oben gehen, da ist ja eh noch hier eine Klebe. Das heißt, in diesem Bereich, mach das bitte einmal auf drei und vier Karo, oder? Sag mal. Drei. Drei, okay. Die Dame sagt drei. Drei Karos, jawohl. Kriegst du das hin? Das kriege ich hin. Okay. Schwarz bleibt. Schwarzes Logo. Checker-Fleck auf der Frontscheibe. Und Seitenspiegel. Ja, wenn man mich im Rückspiegel sieht, dann soll das natürlich nicht nach Mädchen aussehen, die jetzt mal ein Rally fährt, sondern das soll schon ordentlich rockig aussehen. Das soll kämpferisch und stark aussehen. Und mit den Rally-Streifen und mit der Flagge in der Scheibe und an den Außenspiegeln werde ich auf jeden Fall vom Design her ganz vorne mitfahren. Bei meiner ersten Probefahrt hatte ich Wasser im Schweller festgestellt. Das muss raus. Ja, siehst du, I, ja, I ist das eine, aber weißt du was? Dieser Dreck verursacht das Schwappen beim Bremsmanöver. Hört sich jetzt bescheuert an, aber du kennst das auch? Ja. Wir müssen die Kiste jetzt hochfahren und dann wollen wir mal von unten ein bisschen was freistochern. Die Abflüsse, die Abläufe müssen frei sein. Ansonsten heißt das ja, ich meine, die Kiste gammelt dann ja auch kurz weg. Dann schauen wir mal, was da kommt. Ich fahr nicht, ich schwimm. Nee, auf keinen Fall, ne. Du schwimmst im Verkehr mit, aber erstmal Kiste anblasen. So, und hier haben wir schon den ersten Übeltäter. Siehst du das? Oh ja. Das ist ein Ablauf. Und was hängt da drin? Der ist ja voll. Ja, und was ist das? Verstopft. Deshalb versuche ich mit einem dicken Draht die verstopften Ablauflöcher wieder freizukriegen. Da haben wir Widerstand. Da müssen wir durch. Ja, was ist denn da los? Da kommt's. Ach du Scheiße. So viel? Ja, hier und da hast du den ganzen Rott schon am Haken. Das ist ja wie eine Spülung, ist das ja. So, jetzt sehen wir aus wie Sau. Wiederhaken. Ja, so gesehen, ne. Merkst du das? Ja. Aber hauptsächlich das Auto getrocknet. Genau. Vom Wasser befreien. Abflüsse müssen frei sein, trocknen lassen und versiegeln. Aber das dauert ein bisschen. Wir haben noch andere Sachen auf dem Zettel, ne? Genau. Gut. Nun geht's an die Optik mit Teilen aus dem Mazda-Zubehör. Jetzt gibt's einfach ein bisschen Lametta hier. Ein fetter Überrollbügel für den schicken Roadster. Jetzt stellst du dir die Frage, wie rum, ne? Ja, meinst du? Ja, bitte die rohe Seite zu mir. Alles klar. Der Überrollbügel wird nur verschraubt. Er hat eine rein optische Funktion. Aber es gibt auch eine andere Verschönerung. Was hast du dir denn noch gewünscht, ne? Für Miriams Gepäck habe ich auch die Lösung dabei. Wie rum willst du es haben? Das kommt nach vorne. Ja, ja gut. Das kann die Dame ja entscheiden, ne? Das kommt nach vorne. Also ich sag mal so. Wenn du noch einen dicken Koffer draufstecken willst, oder was willst du eigentlich mitnehmen? Ein paar Schlüpper wäre schon gut. Schlüpfer? Dann kommt da noch so ein bisschen. Der Kofferträger wird nur eingeklemmt und ist schnell montiert. Dann habe ich noch eine ganz besondere Überraschung für dich. Miriam muss jetzt ganz stark sein, ne? Ich dachte, wir machen eine Probe. Ja, aber du hast dir einen Fuchsschwanz gewünscht. Um Gottes Willen, du bringst mich aus dem Konzept hier durch. Pass auf, der muss hier ran. Das ist Pflicht, ne? Früher gab es ja Manta Money und jetzt bist du Mazda Miri. Und deshalb ist das Ding Pflicht. Ist auch kein echter. Ja, da sind ganz viele Polyester für gestorben. Ich weiß aber, ich habe mir einen Fuchsschwanz gewünscht. Das ist eine Krankheit. Das ist keine Kreatur. Das ist jetzt gut für die linke Spur. Du fährst. Check ein. Also, Fuchsschwanz-Probefahrt ist okay. Aber für die Rallye, ja oder nein? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Kommentiert unten. Ist ja wohl klar, was da steht, ne? Komm, Zündung. Jetzt gilt es. Bewährt sich die Kombination Miriam und MX-5 auch auf der Straße? Auf den ersten Blick, ne? Merkst du vom Gefühl her? Ja, total. Ist ja wie ein Go-Kart. Das ist echt. Siehste? Siehste? Oh, da werde ich 5000 Kilometer richtig Spaß haben. Der MX-5 passt zu Miriam wie der Deckel auf den Topf. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber was der für einen Spaß macht, ne? Die Bremse, da müssen wir nochmal ran. Ja, ich meine, noch haben wir ja nicht das Finish erreicht, ne? Aber wir sind schon kurz vorm Ziel. Denn unser Kleinaus hat, als sich der Fuchsschwanz verabschiedet. Und nun schaut mal, was passiert, als Miriam das bemerkt. Der Fuchsschwanz ist weg. So geht's nicht. Sofort wenden. Wir machen uns direkt auf die Suche. Hoffentlich hat noch keiner das Polyestertier mitgenommen. Uns ist ein Fuchsschwanz weggeflogen. Wir haben an einer Antenne. Haben Sie hier was liegen sehen? Danke. Danke schön. Danke. Komm mal weiter. Ich wollte gerade singen. Weine nicht, wenn der Fuchsschwanz fehlt. Fahr weiter. Ja, ja. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Wartenblick. Ah. Wartenblick. Ich fahr ein bisschen weiter. Gar nicht. Das ist fast. Sekunde. Das müsst ihr verstehen. Der Autofahrer ist drüber gefahren. Da ist er. Da ist er. Hier, die Kette ist rausgerissen. Das ist ja der Grund. Oh, da. Sie hängt da drauf. Oh, warte. Kommt Lkw. Oh Mann. Steck ein. Ja, ich hab mich. Jetzt kann ich nur gewinnen. Ich kann jetzt nur gewinnen. So, pass auf. Ich fahr mich zur Werkstatt. Jetzt heißt es, Abschied nehmen. Oh. Ja gut, aber ich hab eine absolute Vorfreude. Das wird jetzt der Oberhammer. Wenn das Ding komplett fertig ist, auch mit der Folierung und so. Hammer. Dankeschön. Bitte. Und fängt an den Fuchsschwanz. Der muss vernünftig fixiert werden. Zündung aus. Schlüssel raus. Ich hab geschlossen. Ja, die Uhr tickt. Hohe Drehzahl ist angesagt. Aber mir haben sie keine Probleme. 5000 Kilometer mit dem MX-5 sollt ihr sie packen. Nur hier, Bernd mit seinem 929, der macht mir Bauchschmerzen. Es ist schon so viel weggebrochen. Ihr habt selbst gesehen, was Phase ist. Also, das große Restaurationsfinale nächsten Donnerstag. Hit oder Niete. Action. Bis zum nächsten Mal.